hallo willkommen 1000 becker report heute mit dem thema vier bis fünf monate gold aktien rallye voraus das kräfer 4 bis 5 monate gold aktien rallye voraus der analyst zeigt am beispiel von siel j und gdx dass wir in den kommenden vier bis fünf monaten eine gold aktien rallye erleben gefolgt von einer sehr heftigen korrektur diese aussage stimmt mit unserer ansicht überein wesselt wir davon ausgehen dass in den kommenden wochen bereits der einstieg in extrem unterbewertete fendig stocks nur noch mit fünf bis zehnfachen höherem preis möglich sein könnte und wir kaum noch empfehlen können in diesen markt einzusteigen sondern auch noch auf den aufstieg konzentrieren juniapendi gold aktien mit extrem hohem potenzial kann man aktuell noch günstig kaufen es sind offenbar im mai die letzten einstieg chancen hier und das zitat und das chart vom silber juniamin index j und den goldminen index gdx ich bin da und hier das zitat ich bin davon überzeugt dass uns vier bis fünf monate reine aufwärtsbewegung bevor stellen bevor es zu einer sehr heftigen korrektur bei den bergbauunternehmen kommt die euphorie wird spürbar sein ja und es heißt ja auch kaufe den pessimismus und verkaufe die euphorie sozusagen und das könnte eben wirklich in vier bis fünf monaten sein und sie haben an einigen anstiegen schon gesehen wie dramatisch schnell es zu anstiegen hier bei gold gold silber aktien kommen kann wir haben wie gesagt seit november schon einige fünf bis 10 becker das hat sich eben am ersten märz nochmal beschleunigt und diesen preis kriegt man nie wieder das ist das problem man kann da nicht zurück man kann da nicht auf eine korrektur warten ich denke es wird weiter hochlaufen noch sind sie günstig aber viele haben sich eben auch schon man muss teilweise schon doppelte preise hinlegen das natürlich durchaus problematisch ist dennoch besteht natürlich die chance auf der breiten basis immer noch wir sind nahe das 50 jahres tief gold aktien im verhältnis zu gold aber es zeigt auch die erfahrung dass diese 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 anstiege von gold aktien erfolgen in spikes also sehr schnellen anstiegen die ungefähr ja vier fünf sechs monate dauern das haben wir 2016 das haben wir 2020 erlebt da darf man sich nicht täuschen lassen und es ist eben so wenn der spike eben oben ist sozusagen dann sind alle interessiert sich alle für gold aktien aber dann beginnt im prinzip schon die verkaufszeit also kaufzeit ist jetzt noch bis es denn dramatisch schnell hoch geht wie gesagt ist eine sehr interessante situation die stimmung beginnt sich auch aufzuhellen trotzdem sag ich mal insgesamt von den anlegern interessiert sich überhaupt kein mensch dafür immer noch zieht ziehen die kryptos mehr und was weiß ich was alles und trotzdem denke ich mal wird sich das rasend schnell verändern wir können möglicherweise in einem monat schon eine komplett andere situation am markt haben dass riesige kapitalmengen reinfliehen das weiß man nicht genau wann das passiert aber es sieht so aus und das kann hält dann eben vielleicht ein knappes halbes jahr eben vier bis fünf monate an dann sind wir in euphorischen phase dann wollen eigentlich alle investieren und dann müssen das abstoßen ja meiner meinung sehr interessante situation und auch nicht zu unterschätzen die korrektur die kommen könnte vermutlich geht das mit dem aktienmarkt sozusagen zusammen vermutlich wird da vier bis fünf monate also bis zur wahl in den usa noch oben gehalten das ist eigentlich immer zu beobachten dass die gegenwärtige administration und die notenbanken quasi zusammenarbeiten die wollen natürlich gute stimmung was danach kommt ist wirklich schwierig ob ein tram kommt oder oder die sich überhaupt nicht einigen können und auch das ganze richtung ewiger stagnation in usa gehen können was im prinzip dann auch zum abstieg des imperiums führt und den dollar in schwierigkeiten bringt so oder so ist es einfach gold zeit vermutlich eben steigt gold in richtung 3000 dollar bis ende des jahres und silber richtung über 50 auf alle fälle also gigantische chance und im vorfeld laufen eben diese penny gold aktien jetzt hoch das konnten wir in der vergangenheit sehen und ich denke mal in vier bis fünf monaten ist der anstieg dann erst mal vorbei ja hier noch ein 100 millionen silber uns ein projekt generat aus nevada mit erich sport als investor die haben wesentlichen zwei gebiete das tonopas westgebiet 3000 heckler westliche erweitern des berühmten tonopas silbergebiets mit kontrolle über mehr als die hälfte des zweigrössten silberbezirks man schätzt dass insgesamt circa 100 millionen silber da sind aktuell haben sie eine ressource hier hier noch die meldung mit diesem 100 millionen silber äquivalent 508 gramm das sind ungefähr eine halbe millionen und sind gold und nochmal 60 millionen unzen silber das ist glaube ich eine meldung die die von anfang des jahres oder ende letzten jahres kam ja jedenfalls das ganze ist auch hochgradig sie sehen das bohrproben 26 gramm pro tonne gold und riesige silberwerte 2.994 das ist natürlich absolut vorteilhaft wenn es wirklich zum starken silberpreisanstieg ist kommen solche bohrergebnisse das mag der markt und dürfte denn solche pennygold aktien schnell hochtreiben möglicherweise ist die aktie denn wenn jetzt silberrichtung 30 32 35 geht schnell auch bei ein dollar und wenn es weitergeht in dem mehr dollar bereich und kann darüber hinaus gehen meiner meinung sollte man sich anschauen meiner meinung gutes basis investment in der guten juristischen haben gute investoren gutes management also das sollte man sich mal anschauen wie immer natürlich an der stelle ist das auch keine empfehlung ja noch mal generell zu gold gold ich werde ein video von michael oliver das ist ein analyst der auch die 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 70er jahre mitgenommen hat also da wo gold von 35 dollar auf 850 gestiegen ist und der schlussakkord dieses bull marktes in den 70er jahren bei 1979 da stieg gold nach dieser korrektur im großen kreis roten kreis in nur einem jahr von 200 dollar auf 850 dann das werden bezogen auf heute müsste ihm von diesen 2000 dollar wir sind ja schon deutlich höher dann noch auf circa 8000 dollar steigen ja in in sechs bis zwölf monaten das natürlich aus jetziger sicht kaum zu glauben aber damals war es auch kaum zu glauben trotzdem ist es passiert diese bullen märkte haben einfach die eigenschaft dass 90 prozent des anstiegs in den letzten 10 prozent des bullen marktes passiert der michael oliver den der hat ein interview zugegeben meint eben so dass jetzt eben die beschleunigungsphase für gold und gold aktien kommt und hat eigentlich suggeriert dass sich das aus dem jahr 1979 wiederholt das werde ich verlinken ja damals kam es dann zu dieser gigantischen rallye hier sind gold aktien das 100 200 300 500 ja sogar um das tausendfache gestiegen also nicht also das heißt dass 1000 dollar konnte man 100 200 300 500 500 tausend machen wenn man diese völlig tiefen werte gekauft hat ja und diese werte sind immer noch das ist ja das paradoxe nah nah des absoluten altern tief möglicherweise besteht eben diese chance die es eben damals gab jetzt auf sozusagen breiter basis noch immer also die situation ist ziemlich einmalig und es könnte sich absolut brutal entladen hier in höhere gold aktien notierung wo wirklich jeder von geschockt sein würde ich denke genau so wird es kommen sind absolut brachial hochgehen und die leute werden nicht glauben was passiert so war es ja bei den bullen märkten anderen bullen gold aktien bullen märkten 2016 die aber dann eben gestoppt haben die ginge vom januar bis august auch nur diesmal glauben wir dass diese intensität dieses gold aktien bullen auch wesentlich höher sein wird ja 1000 wecker report wir versuchen diese aktien zu identifizieren nach verschiedenen risikostufen zu ordnen potenzialfaktor zu rechnen um das heißt um das wievielfache kann eine gold aktie steigen wenn eben diese gold aktien rallye ihre spitz erreicht hat wir nehmen das gerade das gold ist länder risiko vermischen wir und versuchen da das risiko einzuschätzen an der stelle und das potenzial zu berechnen weitere informationen zum report finden sie unten in der youtube in der beschreibung ja ganz herzlichen dank für die aufmerksamkeit würde sie bitten mein kanal zu abonnieren wenn ihnen inhalt soweit gefallen hat flächen leid geben das würde insgesamt dem youtube algorithmus für diesen kanal hier auf die sprünge helfen vielen dank für die aufmerksamkeit und bis zum nächsten mal abonieren abonieren Vielen Dank.